Noch ein Mord, Kowalski. Noch ein Mord. Hat er uns mit der Pistole erschossen? Scheiße. Rico, du weißt Bescheid. Hä? Hä? Den Schlüssel, du Genie. Den Schlüssel. Ist er dienen so? Nein, ich glaube nicht. Schade. Punktlandung, Männer. Jetzt packen wir's. Ich hab's im Uriden. Was hast du im Uriden, Skipper? Nichts, mein Kleiner. Der ist immer noch so gelb wie die liebe Sonne. Ist nur eine Redewendung. Skipper, hast du nicht gesagt Punktlandung? Ähm. Ja. Erstmal Pinkeller rein, Männer. So, da ist das Objekt der Begierde. Stürmt vor, Männer. Oh, ein Scaffling-Skipper. Noch ein Scaffling-Skipper. Dann knallen wir ab. Wo ist er hin? Da ist er. Oh. No Scope, Männer. No Scope. No Scope. Hat er nicht gekriegt. Noch ein Scaffling-Skipper. Da ist er. Und noch ein. Scaffling-Skipper. Noch ein Mord. Kowalski. Noch ein Mord. Entschuldigung, Scaffling-Skipper. Äh. Das ist ja die Bude mit dem kaputten PC. Raus hier. Da liegen sie wie die Sardinen. Sardinen. Ups. Ich dachte, da sitzt einer. Hm. Sardinen. Ich mag Sardinen. Ich weiß, Kleiner. Private. Ich weiß. Aber jetzt gibt es erstmal Benkel an den Schnabel. Heißt doch bei uns Schnabel, Kowalski. Oder? Das heißt Schnabel-Skipper. Unsere sind zwar nicht sehr lang, dafür aber kräftig. Andere Arten haben einen langen. Wuh. So, her damit. Gefällt mir viel, viel besser. Wir vermuten uns, Männer. Das Magazin auch noch ein. Welch wunderbares Gewehr haben wir, Herr Skipper. Das ist ein Artar-Kleiner Mann. Ein Karabiner verschießt 5,56 mal 45 Millimeter Munition im Einzelfeuer. Gesehen? Oh ja, Skipper. Oh ja. So, wir wissen, wie es läuft, Männer. Reko? Oh Scheiße. Ich glaube, das war keine gute Idee. Der hört das doch bestimmt. Skipper, ich habe Angst. Uich, kleiner Mann. Uich. Vielleicht hat er es ja nicht gehört. Er kommt. Nein. Er kommt ja rein. Skipper, nein. Ich habe Angst. Ich will nicht sterben. Ruhe. Das ist private. Wir waren so nah an unserem Ziel. Scheiße. Hat er uns mit einer Pistole erschossen? Scheiße. Sind wir hier, Männer? Pinkeller rein. Orientierung. Kowalski. Kowalski. Keine Ahnung, Sir. Die sind genau wie wir, eine Elite-Einheit. Und sie steht für Sea Air Land. Also, Meer, Luft und Land. Meer ist ja fantastisch, Sir. Land gilt auch. Aber wir haben festgestellt, Sir, dass wir nicht für die Lüfte geboren wurden. Pappalapapp. Wir können alles, Kowalski. Analyser. Hm. Das Auto am V-Ex stand nicht da. Die Zeit wird knapp und die Laufwege sind lang. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass niemand mehr da ist, Skipper. Rico, du weißt Bescheid. Hä? Hä? Den Schlüssel, du Genie. Den Schlüssel. Hä? Hä? Tada. Schlüssel, nicht Schüssel. Guter Mann. Tada. Oh. Was haben wir denn da? Sardinen, Sir? Nein, ich glaube nicht. Schade. Sardinen, Sir? Ich glaube nicht. Schade. Sardinen, Sir? Was ist los? Kowalski. Verbindung verloren. Wir sind wieder da, Männer. Sardinen, Sir? Nein. Bohnen. Schade. Skipper, wir müssen auf die Zeit achten. Ja, bleib ruhig, Kowalski. Bleib ruhig. Scheiße, das Auto ist ja nicht da. Das habe ich doch vorhin gesagt, Skipper. Ich habe es vergessen, ich Idiot. Ich habe es vergessen. Da ist einer so. Der fehlt uns noch in der Sammlung jetzt. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Männer. Skipper, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Doch, ruhig. Wir haben es letztens auch geschafft. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Stimmt's, Kowalski? Stimmt genauso. Das schaffen wir heute auch. Da liegt einer, Sir. Keine Zeit, Kowalski. Keine Zeit. Dort müssen wir hin. Vier Sekunden. Wir schaffen es. Letztens hatten wir weniger. Das Spiel wird knetig sein. Nein, das ist nicht. Punktlandung, Männer. Schon wieder, Sir? Ja, dieses Mal aber schon. Ja, sieht ganz so aus, Sir. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu, Sir. Keine Ahnung, was Xenia Lee ist. Déjà-vu, das heißt, mir egal. Jetzt packen wir es, Männer. Auch das habe ich schon mal gehört. Kowalski, reiz mich nicht. Keiner da. Los, blindern. Oh. Oh, reiche Ernte, Männer. Reiche Ernte. So, los geht's. Das Wetter ist auf unsere Seine, Männer. Aber es regnet so. Ganz genau, Private. Ganz genau. Ah, ich verstehe es. Du wirftest rein. Hier ist nichts, Sir. Das wissen wir doch. Ja, ich weiß. Ich renne trotzdem nochmal wie ein Idiot. Oh, es wird geschossen, Sir. Mir egal. Runter. Die Landungsboote müssen auf uns warten. Hoffe ich. Hoffe ich. So. Was ist, wenn nicht? Dann haben wir noch drei Minuten Zeit. Oh, sie sind da. Das Landungsboot ist da. So, Männer. Wir sind raus. Sir, sie liegen falsch. Ja, ich kriege vor. Wir haben es geschafft, Männer. Ich glaube es nicht. Wir haben es geschafft. Ja, Sir, gleich. Yippie. Wir haben es geschafft. 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 Untertitelung des ZDF, 2020